Das ist so geil, ja, wenn das hier trocken ist, ja, packt jeder, packt jeder, wo war es ein Grundfehler? Und zu weit links angefahren, der Hang hat ihn jetzt nicht übertrieben, er muss weiter rechts anfahren. Anhaltung, Gasflug, oder? Nee, der muss jetzt komplett zurück, der steht komplett falsch. Das ist wieder das, wenn du wie bei dem Vettel in der Kurve, wenn du die verkehrt anfährst, im trockenen, ja, aber hier bei solchen Sachen rächt sich's. Stopp! Stopp!